Ja Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wollen wir uns mal hier mein altes Skizzenbuch von vor drei Jahren anschauen und mal gucken, was man aus heutiger Sicht daraus lernen kann. Ja und das Interessante ist halt mit diesem Skizzenbuch hier, dass ihr im Prinzip alle Bilder, die ich hier drin habe, auf meinem YouTube-Kanal nachschauen könnt. Denn dieses Buch oder dieses Heft, wie auch immer man es nennen möchte, ist damals in der Zeit entstanden, als ich halt mit YouTube angefangen habe. Und diese Bilder, von denen habe ich halt viele auf meinem Kanal damals vorgestellt. Das war halt noch in der Anfangszeit von YouTube, also von meiner YouTube-Zeit. Dementsprechend, ja, sind die Videos nicht mehr ganz so gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt als Skizzenheft bezeichnen kann, weil so richtige Skizzen sind es eigentlich nicht, sondern das sind damals schon Bilder gewesen, in die ich richtig viel Zeit investiert habe und die mich halt auch stundenlang Arbeit gekostet haben. Also ich habe zum Beispiel bei den ersten jetzt nicht, aber hier zum Beispiel steht vier Stunden Arbeit. Bei dem hier waren es auch vier Stunden Arbeit. Überlebt mal für so ein kleines Bild, vier Stunden Arbeit, würde ich heute auch nicht mehr brauchen. Heute wäre ich da deutlich schneller fertig. Was aber halt auch daran liegt, dass sich ja mein Zeichenstil deutlich verändert hat. Also wenn man sich das anguckt, die sind ja schon sehr komplex und sehr aufwendig. Und ich kann euch mal hier mein neuestes Bild dagegenhalten, wie mein Zeichenstil jetzt aussieht. Also das ist wirklich das aktuellste Bild. Das ist jetzt erst gewesen 10. und 11.11.23. Also man sieht schon einen deutlichen Unterschied, dass ich auf jeden Fall mehr auf härtere Linien setze, mehr auf Schraffur und jetzt die Sachen nicht mehr so krass ausarbeite, wie ich es damals noch in den ersten Videos gemacht habe. Hat verschiedene Gründe, aber da gehen wir gleich weiter drauf ein. Es fällt dann schon direkt auf, wenn ich also das hier nochmal dagegen halte, dass wir schon sehen, zum einen sind die Haare natürlich deutlich stärker ausgearbeitet. Zum anderen habe ich halt auch mehr so Fokus noch auf die Haut gelegt. Wobei hier schattiere ich die Haut ja auch noch, aber ich mache das halt in einem anderen Stil. Damals habe ich noch sehr viel mit Verblendungsstiften, mit Wattestäbchen verwischt, um halt so einen realistischen Hauteffekt zu bekommen. Und dann habe ich da erst meine Schraffur draufgepackt. Das mache ich heute gar nicht mehr. Heute arbeite ich nur noch mit Schraffur und dieses ganze Verblendungsthema, das ist bei mir gar nicht mehr präsent. Deshalb gibt es da bei mir auch keine Videos mehr in die Richtung zum Thema Verblenden oder so. Ich meine, ich könnte das noch machen. Ich könnte auch noch in diesem Stil hier zeichnen, weil ich habe das ja jahrelang mit diesem Stil gemacht und dementsprechend wüsste ich auch noch, was ich machen müsste, um da wieder hinzukommen. Aber die Wahrheit ist, ich möchte es gar nicht mehr, weil dieser Stil für mich heutzutage einfach viel zu aufwendig ist, viel zu lange dauert und mir auch gar nicht mehr so Spaß macht. Und was eben auffällt, dass ich selbst bei den Haaren immer alles nochmal schraffiert habe mit dem hier Druckbleistift. Und zwar genau mit diesem hier, mit dem habe ich damals sehr viel gezeichnet. Da ist halt eine 2B-Mine drin und mit der kommt man sehr gut in dunkle Bereiche. Damals habe ich es aber auch so gemacht, dass ich halt nicht nur die Fläche alleine mit dem Druckbleistift verblendet habe, sondern ich habe vorher halt so eine dunkle Fläche angelegt mit einem 8B-Bleistift, damit ich halt eine gute Grundlage habe, auf der ich weiterzeichnen konnte. Also erstmal so eine dunkle Schicht angelegt, dann habe ich hier so ein Wattepad genommen, habe das verwischt und bin dann in mehreren Lagen mit dem Druckbleistift da drüber gegangen, um halt so eine richtig schöne Tiefe ins Bild reinzubekommen. Wäre heute auch noch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier in meinem neuen Stil, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier nur dunkle Haare haben oder so, dass ich hier wirklich alles vorher schwarz grundiere und dann mit so einer Schraffur drüber gehe. Aber wie gesagt, das macht halt sehr viel Arbeit und ich habe halt andere Wege gefunden, Dinge so darzustellen, wie sie mir halt gefallen. Heutzutage, was ich da ein bisschen komisch finde, ist halt diese, dass das hier unten auf einmal so abrupt endet. Heute würde ich wahrscheinlich die Hand oder den Arm noch ein bisschen länger zeichnen, hier unten auch noch mehr vom, also hier vom Arm halt noch mit dazu zeichnen, weil es sieht immer komisch aus, auch wenn man jetzt ein Porträt zeichnet, wo nur der Kopf ist und das dann einfach hier am Hals oder so endet. Ich würde immer gucken, dass man vielleicht, wie bei mir jetzt hier diesen Ausschnitt vom T-Shirt und dann vielleicht so ein bisschen von den Schultern noch dazu zeichnet, dann wirkt es einfach besser und nicht so abgehackt und man hat nochmal etwas, was dann halt auch das Porträt im wahrsten Sinne des Wortes trägt und dass das nicht irgendwie so in der Luft oder so hängt. Hier auch, auch hier sieht man halt sehr schön, dass ich da halt noch verblendet habe innerhalb des Gesichts. Da war es eben so, da habe ich gearbeitet mit einer Mischung aus hier von diesen Verblendungsstiften und mit Wattestäbchen. Denn es ist halt so, wenn man diesen Haut-Effekt haben möchte, dann habe ich es halt immer so gemacht, dass ich halt ganz dünn mit einem harten Bleistift mir die Fläche so vorschraffiert habe und dann bin ich mit dem Wattestäbchen drüber gegangen und habe dadurch diese, wenn man sich das hier an der Nase zum Beispiel anguckt, diese Graustufen oder auch hier auf der Stirn, die habe ich dann so ganz vorsichtig mit dem Wattestäbchen halt verblendet und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn man das macht, das dauert schon seine Zeit und da sitzt man halt eine ganze Weile dran. Also beim Zeichnen geht es natürlich nicht darum, dass man möglichst schnell fertig wird oder weiß ich nicht, dass man halt in kurzer Zeit ganz viele Bilder rauskloppt, sondern es geht halt einfach darum, was macht dir Spaß, wie möchtest du zeichnen und was ist so dein Weg des Zeichnens. Und ich habe halt für mich mit der Zeit festgestellt, dass mir das hier einfach zu aufwendig ist. Mit diesem Verblenden, dann auch hier mit dieser Haarstruktur, denn diese Strähnen, die hellen, die habe ich ja dann mit dem Radiergummi reingewischt und dann bin ich mit dem Wattestäbchen drübergegangen und habe die Ränder hier so rein verblendet, damit man halt einen schönen Übergang zwischen dem hell und zwischen dem dunkel hat. Hab damals auch mal so ein Haarzeichen-Tutorial gemacht, wo ich das auch nochmal erklärt habe. Also könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt, aber wie gesagt, das ist halt ein altes Video und ich weiß nicht, wie gut das noch ist. Gucken wir mal weiter. Ich bin jetzt nicht unzufrieden mit diesen Bildern. Ich finde die immer noch gut und teilweise halt auch sehr aufwendig erstellt. Wie gesagt, ich habe mir auch viel Zeit dafür gelassen, aber es ist halt einfach nicht mehr mein Zeichenstil und heutzutage will ich einfach anders zeichnen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so diese Essenz vom Zeichenstil an sich, dass man sich da jetzt nicht hundertprozentig festlegen muss, sondern auch mal sagen kann, hey, mein Zeichenstil ist zu dieser Phase meines Lebens eben so gewesen, dass ich da ein bisschen aufwendiger gezeichnet habe. Damals war ich halt noch so in diesem Übergang vom, also ich hatte damals davor noch, die Jahre davor, vor 2020, so diese, ich wollte damals hyperrealistisch zeichnen, also dass es so echt wie möglich aussieht. Und ich glaube, das ist halt noch so diese Phase dazwischen, dass ich halt probiert habe, dieses Hyperrealistische mit diesem Sketch-artigen Stil zu verbinden. Deshalb ist es auch ganz interessant, wenn man sich das im Nachhinein mal anschaut, dass man den Übergang sieht zwischen diesen beiden Phasen. Also hier zwischen dieser Phase mit den wirklich sehr krassen Linien und mit den krassen Schraffuren und dann das hier, wo es dann zwischendrin immer noch diese verwischten Hauttöne gibt, wo es dann doch noch ein bisschen realistischer aussieht. Also übrigens diese Bilder, die ich hier in diesem Heft drin habe, die habe ich damals alle noch mit einer anderen Zeichenmethode gezeichnet. Damals war es halt so, ich habe mir dieses Lineal hier genommen und habe dann meine Vorlagenbilder ausgemessen. Also die Proportionen sozusagen im Vorlagenbild mit Abständen oder damals habe ich ja noch mit diesen Grundformen gearbeitet, dass ich mir eben diese Formen ausgemessen habe vorher in der Vorlage und habe mir dann dieses Gerüst aufs Papier gezeichnet und dann sozusagen alles andere drumherum konstruiert. Und auch das war halt so eine Zeichenmethode, die sehr viel Arbeit gemacht hat und dadurch halt auch die Zeichenzeit an sich einfach deutlich länger geworden ist. Mache ich ja heute auch nicht mehr. Heute zeichne ich ja mit der Lumis-Methode, mit so einer ein bisschen abgewandelten Form, was für mich eben deutlich schneller funktioniert. Gut, das ist jetzt ein dummes Beispiel, weil ich wollte gerade sagen, mit meinem neuen Zeichenstil bin ich auch schneller, aber auch an diesem Bild habe ich vier Stunden gezeichnet. Also von daher, so viel hat sich nicht geändert, außer dass es mir halt mehr Spaß macht, wieder solche Bilder zu erstellen. Und bei dem Bild habe ich ja damals auch schon so ein Tutorial gemacht, wie man die Haare zeichnet. Und gerade bei den schwarzen Haaren war es so, dass ich da auch schon einen Weg gesucht habe, leichter zu zeichnen, dass es halt schneller von der Hand geht. Da habe ich eben diese Flächen, wie ich es vorhin schon mal erklärt habe, auch alles vorgrundiert mit schwarz. Bin dann mit dem Druckbleistift drüber gegangen. Und hier nur diese Strähnen, die habe ich dann mit dem Radiergummi reingewischt, damit man da halt diese Lichtspiegelung drin hat, auch hier unten noch so ein bisschen. Und darüber die Frisur so ein bisschen auflockert, dass das nicht so eine schwarze Masse ist. An der Seite noch so ein paar einzelne Haare. Auch das ist heute nicht mehr so mein Zeichenstil, aber ist auf jeden Fall vielleicht interessant für euch, falls ihr diesen Zeichenstil gut findet oder falls ihr auch so einen Mittelweg sucht aus, dunkle Haare jetzt nicht ganz so aufwendig zeichnen, aber so ein paar kleine Tricks halt haben möchtet, wie man so eine Frisur auflockern kann. Und da finde ich es eben gut, wenn man mit dem Druckbleistift hier so ganz feine Strähnen reinwischt, dann hast du eben auch nochmal so ein was Lockeres, was da mit reinkommt. Bei den anderen ist es ja im Wesentlichen genauso, wie bei dem, was ich euch schon erzählt habe, dass das wieder diese gleiche Zeichentechnik ist. Das hier ist zum Beispiel eines der besten Bilder im ganzen Heft mit drin, wie ich finde, weil zum einen die Frisur ist halt sehr aufwendig gewesen zu zeichnen. Da habe ich mir viel Zeit genommen, diese Strähnen anzulegen und trotzdem mit Schraffur noch drüber zu gehen, um halt die einzelnen Strähnen hervorzuheben. Dann aber auch, ja, das Gesicht. Also bei der Nase habe ich sehr lange dran gesessen, dass die halt wirklich so diese Form hat und auch diese Zwischenschatten, die man hier rundherum sieht, die habe ich auch sehr lange angelegt. Und man sieht es hier unten vielleicht auch sechs Stunden dran gezeichnet. So, hier haben wir auch eins mit sehr viel Schwarz. Was hier allerdings doof ist, wie bei dem anderen, was ich da schon mal hatte, dass das einfach so abrupt endet mit dieser Kante. Wenn ihr, wie gesagt, eure Porträts zeichnet, macht das nicht. Lasst das nicht in so einer Kante enden. Das sieht komisch aus. Das sieht auch ein bisschen unprofessionell aus, dass wenn man das sanfter auslaufen lässt und dann lieber ein bisschen heller wird zu den äußeren Rändern hin, ist das deutlich besser und macht einen schöneren Eindruck, als wenn man jetzt einfach so eine harte Kante zieht. Das war witzigerweise, da hatte ich damals auf Instagram noch mal gefragt, wen ich den zeichnen sollte. Und da hat mir jemand Vorschlag gemacht von ihr. Sie ist irgendwie so eine Schauspielerin aus irgendeiner Netflix. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie hieß. Aber auf jeden Fall hat es auch Spaß gemacht, das Bild zu zeichnen. Mit dem war ich auch sehr zufrieden am Ende. Sechseinhalb Stunden habe ich da dran gesessen. Und dann das hier. Also das ist, weil ich vorhin gesagt habe, das war eins der, was mir mit am besten gefallen hat im Buch, würde ich sagen, das hier ist meine Lieblingszeichnung im Heft. Auch weil dieser Effekt im Gesicht mit den Schatten, das sind halt so sanfte Übergänge zwischen diesen Bereichen. Da habe ich halt mir wirklich sehr viel Zeit genommen, sehr oft verwischt mit dem Wattestäbchen und es hat sich halt ausgezahlt. Auch die Haare, ewig lang dran gesessen. Guckt euch das an hier mit diesen einzelnen Strähnen, die ich da hier mit dem Radiergummistift reingezogen habe. Immer wieder verblendet, immer noch mal eine neue Schicht draufgelegt. Also wenn man sich wirklich viel Arbeit macht, viel Mühe macht, dann lohnt sich das schon. Gerade bei so aufwendigen Porträts. Man muss halt wissen, ob das dein Ding ist. Wenn du da Spaß dran hast, wenn du dich da verlierst und wenn du ja auch sagst, ey, es ist mir egal, wie lange das dauert, dann setze ich halt zwei Wochen an so einem Bild. Aber hinterher ist es dann genauso, wie ich es mir vorstelle. Dann ist es ja wirklich perfekt. Dann ist es ja genau dein Zeichenstil. Und ja, deshalb kann man das auf jeden Fall so machen. Ich muss halt auch ein bisschen gucken wegen YouTube. Ich kann nicht zwei Wochen an einem Bild sitzen, denn ich muss ja immer irgendwie neuen Content liefern. Auch deshalb habe ich da mir Techniken überlegt, um deutlich schneller zu werden. Einzige Manko ist hier vielleicht, dass das auch wieder in so einer Kante endet. Allerdings war ich da ein bisschen cleverer und habe das halt versucht auslaufen zu lassen. Würde ich wie gesagt heute auch anders lösen. So, dann haben wir noch das hier. Da gibt es sogar mehrere Videos auf meinem Kanal, wo es dann auch nochmal ein spezielles Haartutorial dazu gibt. Finde ich den Haareffekt auch sehr schön hier von dem Bild. Also, das ist halt wirklich, wenn man gerne Haare zeichnet und auch guckt, dass man vielleicht so schwarze Haare mit Highlights macht, dann ist diese Zeichenmethode, würde ich dann empfehlen, die zu benutzen. Wenn euch das zu aufwendig ist, wenn ihr sowieso Probleme habt, Haare zu zeichnen, dann nehmt euch lieber eine einfachere Methode, so wie ich das mache in meinen neuen Zeichnungen. So, hier ganz interessant. Da hatte ich ein Bild, was ich dann rausgecuttet habe, weil es einfach zu schlecht war oder ich das als zu schlecht empfunden habe. Keine Ahnung, ob es wirklich zu schlecht war. Ich glaube, das würde ich heute auch nicht mehr machen, das rauszuschneiden, weil ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so, dass man unbedingt ein perfektes Skizzenheft haben muss. Ich finde auch unperfekte Bilder oder Bilder, die vielleicht nichts geworden sind oder vielleicht auch mal eine Skizze zwischendrin, macht es irgendwie aus. Das verleiht so ein Skizzenheft noch mal mehr Charme. Und jetzt aus Perfektionismus oder Perfektionsdrang so eine Seite rauszuschneiden, finde ich doof. Also klar, wer das machen möchte, kann es gerne machen. Ich würde es heutzutage nicht mehr machen, sondern ich würde dann halt die, auch wenn es was nichts geworden ist, würde ich dann trotzdem drin lassen. Dann haben wir dieses Bild. Das ist, glaube ich, das einzige Bild in diesem Heft, zu dem es kein Video gibt, weil ich, nachdem ich das Bild fertiggestellt habe, total unzufrieden damit war. Ich fand das da schlecht aus. Ich fand das da nicht gut aus. Es ist nicht so in diesem Stadium, wie andere Bilder zuvor schon in diesem Heft gewesen sind. Und deshalb habe ich da kein Video dazu gemacht. Ich habe das sicherlich komplett mitgefilmt, aber das Videomaterial nie irgendwie benutzt. Ich habe das mal so als Schnittbild irgendwo mit reingeschnitten, aber nee, das gab es da nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das nicht mehr so gut fand. Ich glaube, weil ich damals wieder in diese Falle verfallen war, dass es etwas zu dunkel geworden ist. Ich musste sehr oft die Haut nochmal wegradieren und nochmal anlegen, um eben diesen Haut-Effekt so hinzubekommen, wie ich es möchte. Das war früher bei mir so ein Problem, dass manche Zeichnungen einfach zu dunkel vom Haut-Effekt geworden sind, weil ich einfach zu früh und zu sehr in diese Schattenbereiche reingegangen bin und wollte irgendwie jeden Zwischenbereich andeuten, was ich heute aber gar nicht mehr mache. Also auch hier nochmal der Vergleich zum heutigen Bild. Also ich schattiere dann wirklich nur noch so diese Ränder, die halt doch deutlich dunkler sind und vielleicht hier so ein bisschen so unter den Augen, also da, wo halt noch so markantere Halbschatten sind. Aber ich würde jetzt nicht mehr jeden Zwischenton anlegen, weil ich finde, in meinem Stil brauche ich das einfach nicht. Man hat trotzdem sehr schöne Effekte, auch wenn man jetzt nicht jeden Schatten, jede Schattenfläche einarbeitet. Man macht sich weniger Arbeit damit und hat trotzdem schöne Bilder, also so aus meiner Sicht halt. So und wenn ich dann gucke, dann war's das. Das Heft ist dann leer. Hier ist nichts mehr drin. Ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, also es war jetzt nie so, dass ich vorhatte, das Heft nicht zu beenden und so weiß zu lassen, die letzten Seiten. Aber heutzutage würde ich das nicht mehr machen. Einfach aus dem Grund, weil es halt nicht mehr mein Zeichenstil ist. Wenn ich weiterzeichne in diesem Heft, dann wäre es halt nur, um diesen Stil weiter zu verfolgen. Aber ganz ehrlich, ich sehe da jetzt keinen Sinn mehr drin. Und jetzt einfach nur, um die letzten Seiten noch zu füllen, weitere Bilder in diesem Stil zu machen, finde ich doof. Und irgendwie jetzt neue Bilder da rein zu zeichnen, die jetzt dem anderen, dem neuen Stil entsprechen, finde ich nicht so gut. Ich finde es da halt besser, wenn man das Heft so lässt, wie die Zeit, in der es halt entstanden ist. Das war halt die Phase, in der ich so gezeichnet habe und mehr Bilder in diesem Stil gibt es halt nicht. Und wenn das Heft am Ende leer ist, ist es halt so. Generell sollte man sich bei den Skizzenbüchern da nicht so den Stress machen. Und es muss jetzt nicht jedes Heft perfekt sein. Man kann dann einfach mit dem arbeiten, was man hat. Man benutzt es eben so lange, wie es einem gefällt. Und wenn die Zeit halt des Skizzenheftes vorbei ist, dann ist es halt so. Ich fand das eben ganz interessant, euch mal so zu zeigen, wie sich mein Zeichenstil zwischen den Jahren verändert hat. Denn so sieht man halt auch, dass das nichts Konstantes ist, sondern dass sich das immer weiterentwickelt. Und nur weil ihr heute halt so ein bestimmtes Level habt am Zeichnen, mit dem ihr vielleicht noch nicht so zufrieden seid, könnt ihr trotzdem sehr viel verändern über die Zeit, wenn ihr eben dranbleibt und guckt, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, welche Schritte sind euch vielleicht mühselig und wie kann ich Wege finden, einfach diese Schritte abzukürzen. Wenn ich jetzt hier gucke, mit den Haaren, dass das halt sehr aufwendig war, habe ich es halt so gemacht, wirklich sehr einfach. Ich habe dann nur noch so Strähnen gezogen, packe mir hier die Schraffuren drauf. Wenn man das für sich selber betrachtet, sind es halt einfach nur irgendwelche Bögen, die halt nicht besonders spektakulär aussehen. Das Wichtige ist eben, finde ich zumindest beim Porträtzeichnen, hier das Gesicht. Also Augen, Nase, Mund. Das finde ich muss sitzen, da muss der Fokus drauf liegen. Und das andere ist für mich halt so Beiwerk, dass das so drumherum ist, wo ich jetzt gar nicht so den Fokus drauflegen möchte. Kann natürlich auch sein, dass ich das irgendwann mal wieder anders sehe und mir denke, nee, damals hast du irgendwie zu einfach gezeichnet. Du willst dann doch wieder ein bisschen mehr was Komplexeres, was Anspruchsvolleres. Ist auf jeden Fall sehr interessant, sich vielleicht dieses Video irgendwann in zwei, drei Jahren nochmal anzugucken und mal zu schauen, wie sich mein Zeichenstil dann wieder weiterentwickelt hat. Wenn das hier nämlich dann genau dieser Stand ist, wie das hier heute. Ja genau, ich verlinke euch mal hier oben dieses Video, wo ich halt das erklärt habe mit den Haarezeichnen. Und wie gesagt, das ist ein ganz altes Video, aber schaut es euch gerne mal an, falls ihr es noch nicht kennt oder falls ihr es doch schon kennt. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damals schon meine Videos geschaut habt oder ob ihr die alten Videos generell schon mal geschaut habt. Also wie gesagt, das hier mit den Haaren zeichnen, das verlinke ich euch mal noch. Und hier unten verlinke ich euch mal noch ein komplett neues Video, wie ich heute Porträts aufbaue, wie auch ich das mit der Lumis-Methode mache. Ist sicherlich auch ganz interessant, da mal die Einblicke zu bekommen, wie so ein Porträt entsteht. Also vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin.